Ich muss mich nächstes mal ein bisschen besser informieren. Ja, das hier nicht so ein Chaos. Äh. Irgendwer noch unterwegs hier von euch? Du sitzt immer noch um... Oh man. Nikola hat echt gewartet. Jetzt kann er in der Nachtzeit gerade mal auf Chlorien. Das ist das meistbesuchte Örtchen aller Zeiten. Ich glaube, ich muss da mal Produktoxid-Food-Poisoning. Achso, dass wir erst wenn die hier in der Nähe was essen würden, dann wäre das nicht so gut. Ich will echt überlegen, ob ich noch wen dazunehme. Aber wir haben ja kein Bett hier eigentlich. Ich glaube, ich muss die Betten erstmal hier hinstellen. Das geht nicht anders. Komm, wir machen das mal. Wir sitzen euch mal hier schön schnuckelig was hin. Muss ich aber anschließen, ne? Ja, komm, wir machen das mal. Ich hoffe nur, das funktioniert. Na ja. Betten, betten, betten. Was ist das hier? Ein Airlock. Ah, das brauchen wir später. Komm, Furniture... Dekor machen wir noch. Stellen hier mal ein Pot hin. Da und da und da. Guck mal, das muss ich wieder abreißen. Hier, das Ding. Setzen wir erstmal die Betten noch. Wollte ich sie jetzt. Ja. Ich werde sie wiederfinden. Da, betten. Lass mich hin, ne? Dann muss ich das Ding erst wieder abreißen und dann, äh... Dann da hinsetzen. So, damit euch hoffentlich auf der Etage dann auch nachher schön kuschelig warm ist. Strom... Haben wir hier. Warum denn Strom? Hier. Jetzt ist die Frage, wie lege ich das am besten? Ich fürchte, ich muss hier ein neues Ding setzen. Mal gucken, hier ist 400, da sind 120 Watt weniger. Das wird ja immer weniger nachher. Da bleibt ja nichts mehr übrig. Ähm... Dann müssen wir ein paar Böden setzen und dann setzen wir hier einfach eine Stromversorgung hin. Ich würde ja gerne Solid Ground. Achso. Könnt ihr das mal bitte da gerade hinbauen? Ich möchte gerne die Sachen hier haben. Das wäre nett. Komm, wir machen das mal alles auf den Neuen. Das ist zwar jetzt nicht so toll, aber... Wir müssen euch mal hier irgendwo hinsetzen, wo es ein bisschen mehr Sauerstoff gibt. Jetzt geht ihr mir nachher drauf hier. Okay. Power. Bam. Achso. Festhalten. Festhalten. Bam. Und die Stromversorgung schließen wir noch hier hin und dann da an. Okay. Wir gucken, wenn sich da noch kümmern würde. So, dann reiße ich hier die Betten nämlich ab. Die Betten kommen hier erst mal weg. Oh Mann, die ist hier voll in der Pfütze, man. Die kannst du nur so ruhig fennen, ey. Und ich ehrlich gesagt nicht. Ich frage mich, was das hier und alles ist. Die hier so am... Okay. Ich frage mich, warum die dieses Zeug hier nicht wegräumen. Polute Porta. Das kann ich alles sweepen eigentlich, aber die räumen es nicht weg. Es gibt hier so viel zum Sweepen. Das gibt es gar nicht. Da war gerade noch ein Kuchenkopf. Hab ich das wirklich gesehen? Und er heult wieder, weil es so kalt ist. Ich weiß, ich weiß. Wir arbeiten dran. Das Bett muss weg. Die Construct. Wir bauen das jetzt alles um. Wir machen das alles schöner und besser. Unsere Base muss schöner werden. Jetzt gehen alle schlafen hier um. Dass die du es hier natürlich rumrennen, ist nicht ganz so prall. Die müssen wir wahrscheinlich kaputt machen. Angriff. Los, ich mach dir den Chaos hier. Ich muss die nächste suchen. Ja, nochmal schlafen. Du hättest ja wenigstens auf Klo gehen können, Nicola. Ich hoffe mal, dass die Lava, das Laboratory dann funktioniert. Der sieht nicht gut aus. Der schleppt sich schon mit seinem Kopf hier auf dem Boden rum, ey. Komm, ey, du musst... Könnt ihr halt nicht atmen, das ist das Problem, ne? Hab ich eigentlich noch produziert? Doch, ich hab ich produziert noch. Ist zwar jetzt nicht das Beste, aber... Naja. Funktioniert schon. Es wird auch nichts mehr weggeräumt. Sehr gut. Das ist echt... Da müsste ich mal eine Schnee-Schraube durchgehen. Das ist nicht cool. Das Zeug wurde auch nicht auf dem Kompass gebracht, ne? Lecker. Dekor ist hier oben. Bist du da schon was geplant? Nee, da muss was reingepflanzt werden, ne? Ich hab keine Ahnung, was es ist, aber wir machen es da mal rein. Ist das nicht selected? Ach nee, wir haben keinen davon. Davon haben wir einen Seed, aber wir haben keinen anderen mehr, ne? Hmm. Uproot. Hier, mitnehmen. Komm, dann pflanzen wir den, nehm ich da noch einen. Du siehst echt nicht gut aus, May. Du bist müde, du bist vergiftet. Wir müssen etwas dagegen machen. Kann ich denn eigentlich schon? Ist Research schon... Haben wir das schon gelernt? Haben wir gelernt. Da müssen wir was gucken. Medic. Was brauche ich denn für Medic-Kram? Da werden, äh... Müsst du das Ding mal bauen. Problem ist, wir haben... Ja doch, hier ist noch Platz. Aber hier, die Luft, die ist nicht atembar, wenn ich das jetzt hier sehe, ne? Das ist nicht gut. Da müssen wir dran arbeiten. Was haben wir denn hier? Kompost. Ne, Kompost bringt mich nicht weiter. Da, Dekor. Was ist das eigentlich? Brauche auch ein Kabel. Sehr gut. Aber Kabel werden hier gerade nicht verlegt. Das ist, äh... Yeah. Batterien haben wir hier große. Da ist sie für eine Kreuzung. Eine Kreuzung brauchen wir ja hier in dem Sinne nicht legen, weil wir das hier hier so ein bisschen anders legen. Das ist ja Spokit. Vier Stück. Okay. Ach, verdammt. Warte, ich teste. Ja, ich krieg damit. Was ist denn jetzt noch? Äh, Deodorizer, Lava. Ja, okay. Ja, den Schauer würde ich gerne nutzen. Dazu muss ich nur herausfinden, wo zum Gar schließe ich den Kram an. Weiß ich, ob ich das oben anschließen muss und unten dann irgendwie das Abwasser oder so? Ich hab keine Ahnung. Da kann auch wieder gesweept werden. Oh, Mann. Äh, wir haben auch keinen Platz mehr. Doch, wir haben noch Platz für Betten hier. Dann bauen wir doch nochmal ein Bett. Gucken wir mal. Äh, da. Das wird auch die höchste Priorität, weil dann kann ich noch wen einladen. Hier, komm. Wer darf's denn sein? Frankie, Ruby oder Otto? Nudelarme hast du. Sehr gut. Nudelarme. Du musst mal aufs Klo gehen. Aber ihr beide seid so ein bisschen, äh, ein bisschen immuner, ne? Stärke 10. Du kannst sehr gut craften. Frankie hätte mich ja interessiert, muss ich zugeben. Was ist ein Iron Gut? Auch nicht schlecht. Du kriegst keinen Durchfall. Sehr gut. Dann bist du... Du bist dabei, Frankie. Du bist der Einzige, der dann ohne Durchfall rumrennt. Problem ist nur, wir müssen das irgendwie in den Griff kriegen. Ich weiß nur noch nicht genau, wie. Wollen wir mal das Ding hier hin? Wieso schön, wenn ihr das immer wegmachen würdet? Frankie macht das. Jetzt ist der... Warum ist Frankie da? Gleich an die Arbeit. So gehört sich das. Ich will hier irgendwas krabbeln. Achso, hier. Du musst leider verschwinden. Erstmal aufstehen, platt machen und dann mit der Penguin. Alles klar. Ada und Marie muss ich hier noch wegholen. Euch beide muss ich noch nach oben bringen. dazu müssten wir mal hier ein wenig Platz schaffen. Das blöde ist, ich muss das alles einzeln machen gerade, weil ich immer noch ganz klar wieder vererziehe. das könnte dann gleich schon reichen. Ne, noch nicht ganz. Die beiden noch weg. Sehr gut. Hier, ein krasser Fußboden würde ich sehen. Was könnt ihr noch wegnehmen? Dann bauen wir hier gleich noch zwei Betten hin. Nehmen wir es auch nochmal was weg, dann kann ich hier nämlich nochmal eine Heizung entstellen. Wir bräuchten eigentlich noch Batterien, damit hier ein bisschen länger Strom ist. ist aber nicht was, dass ich muss. Ich will aber nicht. dann können nämlich Ada und Marie noch schlafen. Dann kann das hier nämlich weg. so. Wie sieht das jetzt ausstofftechnisch? Ah, da oben ist auch nicht besser jetzt. Warum ist das jetzt so extrem? Durch die Hitze? Oder woran nicht das? Interessant. Hier sind die Betten jetzt weg und hier kann man atmen. Interessanterweise. Darum. Darum. Da oben? Hier wollen wir jetzt. Hier haben wir jetzt. Vielen Dank.